Ja, Halli und Hallöchen, meine lieben Freunde und damit darf euch jetzt eine neue vergefahrene Letzte Mario Party 8 begrüßen. Ich weiß nicht, warum ich immer Super Mario Party sage, es passiert einfach. Auf jeden Fall sind wir hier in einer weiteren Runde auf Bose Strahlenstern, wo wir uns gegenseitig die Sterne holen müssen. Aktueller Zwischenstand, wir sind Erster mit 8 Sternen, Peach Zweiter mit 6 Sternen, Toad Dritter mit 5 Sternen und Mario ist letzter mit einem schlechten und schwachen Sternen. Genau, wir sind in der letzten Folge hier hochgekommen, voll gut. Und ja, hier können wir jetzt ganz viele Bonbons und Münzen und Zeug sammeln. Und, Alter, kriegen wir jetzt echt so viele Bon... Alter... Alles klar! Hauptsache, ich habe zwei Bose und zwei Kugelwillibonbons. Ja, dann behalten wir zwei Bose und ein Kugelwillibonbon, ja. Ja, das wäre ganz gut so. Und dann können Sie doch sagen, yo... Pair doch einfach... Ja, okay, gut. Wenn man noch sagen könnte, zwei Kugelwillibonbons... Kriege ich keinen Stern? Normalerweise kriegt man ja auch immer einen Stern. Kein Stern? Aber... 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 Ich will einen Stern haben! Ja, gut, okay. Weil vielleicht auch ein bisschen... Wenn man da drei Bonbons kriegt... Keine Ahnung... Zwölf Münzen und dann auch einen Stern. Und man muss ja auch sagen... Es ist ja auch immer noch Bowser's Map. Und bei Bowser's Map sollst du ja nicht nur Glück haben. Das ist ja... Ist ja Bowser und Bowser ist ja eher Pech bringen. Daher... Keine Ahnung nachvollziehen. Ist okay. Ist okay. Flop, Flop! Das wirft er weg. Ja, genau. Wirf Kugelwillen für Flop, Flop weg. Total klug. Total klug tot. Total jutt. So. Ich glaube, der Mario... Es neckt sich jetzt gleich was von dir. Außer natürlich halt Pech und geht in die andere Richtung. Weil... Gerade bei solchen Sachen... Bei diesen komischen... Ja, du kannst entweder links oder rechts gehen. Äh... Nimm ich nie die Bonbons. Weil da bin ich mir immer unsicher, wenn ich dann... In die andere Richtung gehe. Ich meine... Es wird ihm jetzt schon locker reichen hinzukommen. Aber wenn der Zeit nach links ist, dann nach rechts geht. Hat er halt verkackt. Das ist so die Sache. Das ist halt ne... Hala hat verkackt, ne? Hala hat verkackt, der Boy. Oh, I see. Zwei gegen zwei. Toddy und ich gegen Mario und Peach. Ich hasse Toad, aber hey. Hätte lieber Peach gehabt, aber... Man kann nicht alles ficken haben im Leben. Man kann nicht alles haben im Leben. Das ist das, was ich versagen wollte. Definitiv. Ich wollte nichts anderes sagen. Alles, alles gut. So. Welches Level kriegen wir denn? Da bin ich. Scheiße. Zumindest gegen Extrem-CPU, würde ich jetzt behaupten. Aber, ähm... Das kriegen wir schon hin. Wir waren... Ich glaube, zwei war Gas geben und so war Lenken. Jaja, so dürfte das gewesen sein. Wir müssen ja die blauen Put machen. Put it, die Put, Put. Ich geh dann nach oben, okay? Hast du das verstanden? Ich geh direkt nach oben. Und du holst dir die anderen zwei. Oder ich hol mir einfach alle. Toad, please. Schneller. Alter, wie knapp das war. Peach war direkt vor dem Ballon da. Oh mein Gott. Ey, er hat's echt... Er hat's echt grad noch gerissen, der kleine Toddy. Aber es war knapp. Es war zu knapp, Toad. Nächstes Mal will ich das besser sehen. Äh, wir haben 101 fucking Münzen. Wir haben... Verdammte... 101 Münzen. Eine Fünf hat die Frau. Ich bin ja am überlegen, ob ich mir einen Kugelwillebommern könne. Ja. I think I will do this. I think I will do this. Weil ich werde auf jeden Fall an mindestens einem vorbeikommen, wenn ich an zwei... Okay, na, jetzt ist der natürlich... Wenn die beide auf der Seite sind... Hm. Ah, lass mal das einfach. Sicher, sicher. Wir können es später immer noch machen. Wir haben aktuell am meisten Münzen. Am meisten Sterne. Eigentlich... Wir haben hier nicht Bonbons. Wir brauchen keine neuen kaufen. Alter. Mann. Ich kann nicht mehr Bonbons tragen. Ist okay. Ich kann nicht mehr Bonbons tragen. Hört auf, mir Bonbons zu geben. Alter. Na gut, das ganz im Vorfeld muss ich nicht wissen. Kann man natürlich nicht wissen. Deshalb habe ich es mal lieber gelassen. Was ich jetzt sicher. Ich hätte es vielleicht drei Sterne kriegen können, aber... Mein J. Oh nein. Ein Flop, Flop, Flop. Er wird uns so viele Münzen stehlen. Ja. Ist mir im Endeffekt richtig geil. Weil ich habe 104. Ich habe genügend. 10 Münzen tun mir halt nicht weh. Ich meine, ich habe 104 Münzen. Ihr habt drei Bonbons. Und ich weiß gar nicht, wohin mit allem. Das ist so die Sache. Autsch. Autsch. Mein Gott kriegt Toddy halt ein paar Münzleins. Münzlein. Ich stehle. Okay. Ich hätte eigentlich sein Bonbon eingesetzt, um Mario Sterne zu stehen. Aber gut, okay. Der Typ hat sowieso nur noch einen Sterne. Von dem her. Eine zwei. Uh. Wenn Peach nachher nicht allzu weit weggeht, schnapp ich mir mal raus. Aber mal gut. Stehlein. Sechs, vier Sterne. Sechs, vier. Ich kann voll gut zählen. Na gut, zum Mario werde ich wahrscheinlich nie mehr vortreten. Aber der Typ hat sowieso nur noch einen Stern. Und ja. Er hat sowieso schon verkackt. Also von dem her. Mein Gott. Muss ich dem armen Glucker nicht noch mehr Sterne stehen. So wie er aktuell steht. Nö. Muss man da nicht noch fieser sein, würde ich sagen. Wir spielen mit dem Spiel. Uh. Was kommt denn? Okay. Da bin ich sogar recht gut. Auch gegen die Extrem-CPU müsste ich da keine Probleme haben. Das gab es ja auch schon ein paar Mal. Die Mario Matrix. Die matrische Mario. Pario. Dario. Sugoi. Desune. Chan. Oya. Dayoga. Ja. Wie auch immer. Und da sind wir im PC-Trimmendor. Wie in SAO-Tall. Okay. Fuck. Ich sei gerade ein bisschen übertrieben. Alter. Was ist jetzt aber mal hier ein bisschen. Okay. Was auch immer. Warum ich gerade so scheiße bin, weiß ich allerdings nicht. Ich hatte 20. Es kam mir einfach viel schlechter vor. Yay. Ihr habt gedacht, ich gemütet mich locker abgezockt. Aber gut. Ich habe halt auch nicht gesehen, was die NPCs gemacht haben. Aber wow. Die habe ich halt gefickt. Den habe ich es gegeben. Und es war halt echt. Es war halt echt keine gute Leistung von mir. Ja, Mensch. Ja, Mensch. Ja, Mensch. Läuft doch ansonsten recht gut, würde ich jetzt sagen. Ist doch ganz akzeptabel hier. So ganz akzeptabel. Nach fünf Runden. Ja. Der Typ, das ist wie die Story vom Gaul. Oh mein Gott. Das ist nur noch fünf Runden. Einen Moment. Guck mal auf dem Spielstart. Knochen trocken. Der erste, wie es sich gehört. Mit vielen Bubungs und vielen Sternen und vielen Münzen. Auf dem zweiten Platz ist Piech. Die Ktobe. Vorzehr. Auf dem dritten Platz ist tot. Diesen heißt nicht. Und auf dem letzten Platz Mario hatte ich eine Schande, ob du wohl dieses Spiel seinen Namen trägt. Aber ja, gut. Was wir mal von Mario schon erwarten. Seid für Wohltaten. Das kriegt Mario und Du Albon wahrscheinlich wieder, oder? Naja, Du Albon. Yay, Du Albon erhalten. Du hast so viele Bonbons. Ciao, Bowser, Bonbon. Tschüss. Du Albon ist in diesem, ich weiß nicht, ob die so sinnvoll sind. Gut, aber ich denke, obwohl, ist eigentlich egal, ob ich mir die Münzen schnappe. Ich brauche sie nicht. Also, egal. Ich habe gerade überlegt, ich nehme jetzt die bis Kuhlwind übermorgen, dass ich mir Münzen übers Feld sammeln kann. Aber, ich habe genügend Münzen. Deshalb ist das sinnlos. You know? Help me. Warum, Kugel, Willi? Damit kommst du mir zu weit weg. Auf eine Drei. Oder so. Kann ich die Rücken mit dem Bowser-Bombon kriegen? Nee, ich denke, ich werde auch das Kuhlwind übermorgen nehmen, oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich muss nachher mal eben kurz die Lage checken. Dann kann ich das besser beurteilen. Muss ich dann eben die Lage checken. Wie ist denn die Lage? Wie ist denn so die Lage? Ähm. Toddy ist hier. Mario. Ich sehe, das ist ja. Komm, dann nehmen wir lieber Kugel, Willi-Bombon. Komm schon. Ja, ist es ja. Machen wir das doch auch. Also, Anstrengen kriegen wir auf jeden Fall. Außer wir rüffeln eine Drei. Was ich aber nicht hoffe. Ich denke, das wird auch nicht passieren, weil das wäre echt doof. Das wäre echt doof. Aber das passiert nicht. Nice. Mann. Oh, lol. Na, das reicht nicht bis zu Peach. Schade. Egal. Egal. Ja, aber auch nicht bis zu Mario, ne? Mario war ja auf der anderen Seite. Ja, meint es aber auch noch einen Stern. Aber egal. Wir haben ein bisschen immer noch Erste. Was wollen wir mehr? Ist doch alles gut. Ist doch alles gut. Na, ist so wie immer. Mäh. Drehen sie sich komisch als Stinkbums. Alter, ich kriege noch mehr Münzen. Wie viele Münzen soll ich eigentlich noch kriegen? Ich habe schon 2100. Alter, Vater. Ich brauche keine Münzen mehr, Mann. Toad, der kleine. Kleiner, süßer Fratz. Jetzt kann ich mich wieder ein Bonbon kaufen. Wissen wir mal, im Effekt, ich habe es die Kosten, weil... Ich habe keine Lüge. Ach ja. Oh, da hat der kleine Toddy Pech. Armes, kleines Würstchen. Okidoki. Pech, das sind ein paar Felder vor dir. Warum du jetzt keinen Bonbon genommen hast, verstehe ich auch nicht. Na gut, das heißt, sie wird dir nachher definitiv auch Bonbons abziehen. Sterne. Mindestens einen. Du hast nicht mehr mehr. Ja. Mario ist irgendwie gerade ein Vollidiot. Ein großer Vollidiot. Bin mal gespannt. 2 gegen 2 oder 3 gegen 1? 2 gegen 1! Sphere alleine gegen Pech. Mal spielen wir denn, meine Damen, meine Herren, meine Bären. Bin gespannt. Skateboard Jagd sollte zu schaffen sein. Gut, ich hatte da auch schon oft hin und wieder verloren. Wegen unfairen Dingen. Ja, immer wegen unfairen Dingen. Möchte ich es nur nochmal eben so betonen. So. It's time to do. Oder so ähnlich. So. Wo, 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 weiter vor. Muss nur mit der, wo, wo, das war Miroslav. Das war auch Miroslav. Ganz ruhig. Muss auch mit der Steuerung ein bisschen aufpassen, weil ich ab dem Letzt, als ich das mal gespielt habe, habe ich einmal der Steuerung verkackt, weil ich da ein bisschen falsch nach rechts und nach links gelenkt habe. Damals habe ich das halt verkackt. Das war der Grund damals. So, das hat Miroslav. Gas geben. Gas geben. Gas geben. Gas geben halt darüber. Genau. Ja, geschafft. Natürlich war ich wieder der, der uns zum Sieg führte. Die anderen KIs, die können alle gar nichts. Ohne mich hätten die sowas von kackt. Sieger, knarren trockendor Mario. Eigentlich bin ich am Ziel gekommen. Eigentlich habe nur ich die Münzen verdient. Eigentlich habe die ja nur ich verdient. Möchte ich nur nochmal so sagen. Die anderen haben diese Münzen nicht verdient. Punkt. Ja, schon. Ja, schon. Noch vier Runden. Und Mario wird jetzt sein letzter Stern abgezogen. Yay. Yay. Slap. Peach in Bowser verkleidung. Ist schon auch irgendwie ein bisschen ironisch. Es wird immer von ihm empführt, aber jetzt muss er sich jetzt eher verkleiden. Schon lustig. Ja gut, aber Mario wird den Stern wahrscheinlich gleich zurückholen. Kann ich mir vorstellen. Er klippert einfach null Sterne. Ja, fuck ist der bad. Fehlt eigentlich schon ein Stern? Neun und drei. Sind wir bei zwölf und achtzeundzwanzig. Fehlt mal drei. Wir hatten doch am Anfang alle drei Sterne, oder? Oder hatten wir fünf? Eh, weiß nicht mehr. Äh, wie ist denn die Lage? Wie ist denn die Lage? Wir sind hier. Wo ist denn der nächste, der nächste, das nächste Gegnerlein? Okay, mit einem Bowser-Bombom. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, acht, zehn, acht, zehn, drei, zehn, vier, zehn, vier, zehn, fünf, zehn, sechzehn, siebzehn, hm. Oh, und wenn wir den langen Wiking haben, halt verkackt. Ja, das riskiere ich nicht. Aber du hast doch sowieso genügend Münzen. Ja. Ja, guck da, bam, drei. Haben wir schon verkackt. Gut, zweimal Bonbon. Yay. Ah, fuck, Münzen verloren. Ja, die sind gerade alle recht weg, aber ich muss sagen, Prischa hat mir ein bisschen zu viele Sterne. Möchtest du das ändern? Warum nimmst du denn zweimal Bonbonbon? Warum kein Bowser-Bombom? Tot. Liese, alle Liese. Oder möchte er einfach nur von mir wegkommen? Alter. Guck mal, du hast als Bowser-Bombom. Hättest du direkt zwei Sterne von der lieben Peach holen können. Aber so wird sie dir jetzt wahrscheinlich gleich Sterne nehmen. Na, wo? Komm doch, von welchem Seite sie hier abkommt. Ich möchte halt nicht, dass sie mehr Sterne hat als ich. Ich meine, aktuell bei Clint Beach und ich und so ein bisschen. Mario und der Rest sind halt da. Sehr gut. Sehr gut. Die kriegen sich da ein bisschen nicht chillen mit meinen neuen Sternen. Warten auf die Bodensterne oder so. Gute Strategie einfach für die neuen Sterne. Warten auf den Rest. Scheiße. Oh. No, Mario. Ich muss schon sagen, du lieferst hier heute eine Glanzleistung ab. Das ist nicht zum Aushalten. Du hast gerade so Peach erreicht. Ey. Der Typ, nee. Mario ist nicht die Nummer eins. Wie gesagt, ich habe es in Rayman Legends schon gesagt. Rayman ist einfach besser als Mario. Mario kann Rayman nicht das Wasser reichen. Ganz einfach. In einem Kampf würde Rayman locker gewinnen. Locker. Ich und Toddy. Ja, ist klar, Toddy. Mach mal das. Mach mal das. Mach mal das. Mach mal das. Natürlich, Toddy. Mach mal natürlich, Toddy. Toddy. Ja. Ah, das a lift a kiss em boat rainen. Okay. Ah, okay. Okay, gut. Ist gut jetzt. Ähm. Ja. Da müssen wir ja nur lenken. Ne, also Tod. Lenk. Vernünftig und so, wie ich das möchte. Bisschen nach links, dass wir die ein bisschen abtrammen können. Dass wir nicht in diese Düse kommen. Genau so. Jetzt, ähm. Was? Genau. Jetzt. Den next. So, jetzt nach rechts. Hallo, die Düse. Tod, please. Dankeschön. Das war mir schon fast wieder ein bisschen zu knapp. Ist dir das bewusst? Mir war das schon wieder ein bisschen zu knapp. Toddy. Man könnte eventuell mal versuchen, ein bisschen besser zu lenken. Genau hier gehen wir jetzt hier gechillt durch. Und ja. Was die anderen zwei da machen, verstehen wir, will. Aber auf jeden Fall. Weltrekord. Easy. Ja, wow. Na, die Wasser. Wir schwimmen halt einfach im Geld. Ist ja bei mir wie im Real Life. Na gut. Ich kaufe mir nächstes Monat eine PS4 und habe schon einen neuen PC zusammengestellt. Ich habe aber nicht so viel Geld. Das ist, ähm. Egal. Egal. Pisch ist dran. Ich bin nicht reich. Das sind Gerüchte. 1,6. 1,6. Kauft sich nun Sternenbonbon. Geil. Mh. Lauserbonbon. Geil. Ach, wir sind ja da vorne. Wir sollten eventuell uns mal demnächst verpissen, dass die nicht vor uns kommen. Wir haben ein Zahnbombon. da sind wir schon dran aber wie gesagt wir sind jetzt hier und die sind alle hinter uns muss man ein buch schon abbauen dass die uns keine stern ist keine sternis glauben das wäre nicht so gut das fände ich nicht ganz so toll na ne neun ist halt auch scheiße war doch nicht ganz so gut auf jeden fall kriegen wir den kosten weg ja komm das nur wieder voll haben ist mir kugel will über morgen haben wir wieder voll wir sollten sowieso kaufen wegen rabattstern jedes mal wenn wir uns vorbeikommen kaufen wir einfach wegen dem rabattstern wir können ein anderes werk werfen wir haben ja sowieso genügend münzen ist ja egal immer diese roten wälder ich hoffe er kommt nicht bis zu mir obwohl ich hoffe er kommt so ein bisschen vor mich dann können wir in den nächsten runden mit pausa wollen wir ihm zwei sterne klauen das wäre super 6 3 ich glaube das reicht nicht bis zu mir oder 12 das hat gar nicht genau wer der typ ist auf jeden fall hat der peach ein bisschen die gefahr gesenkt weil wegen die kam langsam an meine sterne anzahl ran und das hat mir nicht gefallen ein stellen für den lieben kleinen toddy wo ist der eigentlich ist der hinter mir ihr habt gerade überhaupt kein überblick wo diese ganzen leute stehen das kann da ist ein bisschen chaotisch 6 jetzt jetzt geht's packte mal was es wollte man ein bisschen an den baren zahlen nevermind mit drei würfel mit zwölf ist halt auch schwach erklärt auch einen von peach und einen von tot wisst ihr was am besten wäre sie verteilt die aktuellen das muss ich gleich das ist drei sterne 3 6 ihr verteilt die aktuellen elf sterne unter euch dreien auf und ich bleib bei meinen neuen das fände ich so am besten das als würde ich so unterschreiben das können man so lassen wir haben davor viel schnappszahlen 33 70 münzen wir sind mit dem kampf mini spiel auch schade ich habe gerade gesagt ich hätte 339 münzen aber die 33 müssen meine 129 münzen er haben sich nur vermischt also heißt gut da haben wir letztes habe ich letzt mal verkackt man lässt mal verkackt leider wir gucken wie es heute wird und ich muss eben was nachgucken denn denn wir haben gerade drei vor acht du macht schalt dich am video freund ich bin mir nicht ganz sicher ob es youtube mittlerweile geschafft hat das in 27p zu verarbeiten da werde ich das eben nebenbei nachgucken dass ich es eventuell umplanen kann das war die community folge von gestern der kann man im sonntag die friday was nicht ja wenn ich eine zeit anders habe ich werde gleich mal eben öffnen und gucken auf ich bin ja mit also warum treffen wir das gerade nicht die krise ich glaube es sind genau gleich auf kann das sein ja so gut wie ja es ist nämlich hd wahrscheinlich werde ich zwei wahrscheinlich ist gleich vertauschen ok fucking trigger finger has to work on little boho which is not so haben wir jetzt wir haben verraten nein das ähm war bisschen doof das war bisschen doof wir sind immer noch bei 360p youtube please here to fucking please freut euch mal ab gewonnen ok dann kommt das hier ab wir muss eben weiter drücken aber stunden später das ist total unprofessionell ja ich weiß dass ihr kommt ne abo stunde vorher alles klar noch zwei runden leute die können sich ein wunderschönes zauberbommern was ihr damit jetzt wecken will weiß ich nicht aber hinterfrage es ist nicht leute es ist eine frau frauen hinterfragt man nicht das macht man nicht niemals hinterfragt niemals was eine frau tut ihr als mann werdet es nicht verstehen und mir fällt gerade auf dass wir dass ich nicht beachtet habe dass die runden gleich vorbei sind dass wir jetzt nicht mehr alle bombungs benutzen können als die fläche levetter naja dann kommen für im wanderstelle immer einmal das obwohl ich will den aber auch nicht direkt zu nahe kommen jetzt die mir dann nachher bestellen dass er mich dann einmal vor ihm bin das wäre auch doof daher nur ein geschütztes baus aber morgen geht nicht allzu weit ist dann völlig völlig legitim genau alter ist okay ist okay patrick übertreib einfach ist völlig in ordnung jetzt bin ich nämlich wieder hinter den und nicht vor denen alles ist gut alles ist safe alles ist so wie sein sollte wir sind zufrieden mit unserem leben alles ist gut ich muss neben gucken ob youtube das video überliest bei mama spinnst du es ein bisschen wenn du es zwei minuten vor acht auf acht plant dann kommt nicht richtig ja deshalb muss ich immer nur elf einschalten ach ja unprofessionell ist mir egal hat die fresse ist der jetzt vor oder hinter uns ich hoffe jetzt natürlich hier von habe ich jetzt nicht richtig gesehen habe ich jetzt nicht richtig gesehen naja naja ich glaube wir kann uns dann trotzdem noch mal ein neues bonbon ja na wohl nächstes was passt schon wie das jetzt läuft aber wir haben noch mal ein kampf minuten spiel richtig sehe ich das richtig richtig ja ich habe mir das spiel wupp 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 scho scho kampf mir das spiel zervor kampf mit spiel ich serv mir von allen spieler Münzen herne und dann guck mal wer gewinnt und wie viel ist im port 20 wooo ein großes kampf mit dem spiel konnte es alle zahlen ja easy ich habe die easiesten obwohl total mittlerweile auch recht viele münzen 80 münzen ich würde fast sagen wer dieses kampf mit spiel gewinnt gewinnt die minuten spielstern oder also nein 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 ok ich habe schon wieder gedacht es kommt fucking aber beim multiplizieren das echt das einfachste kampf mit spiel aber wenn du werden du die strats kennst wie du wie du die größte wie du die größte kombi schaffst dann ist es halt einfach easy nur 50 50 x 2 x 2 x 2 x 2 oder 50 x 2 x 2 x 2 x 2 kannst eigentlich machen wie du willst immer 50 50 und dann ganz immer zwei weil es kann sein weil mal zwei sind glaube ich selter als die 50er deshalb meister so vorher habe ich es anders gemacht aber ist wie gesagt so wie gesagt wir machen das wir haben hier zeit hier ist die erste 50 das zweite na ok das war es ja dass ich im angst hier schon nochmal 2 hier ist auch nochmal 2 und das auch nochmal 2 und wir sind fertig easy mario hat einfach mario was holt sich mario und er snackt sich noch eine das habe ich nicht gesehen das war glaube ich eine 50 und noch eine geile 30 gott waren die mpc pukis schlecht was auch immer alles mal vermischen finde ich gut als ob tot die dicks auch lol alles klar toddy kriegen wir jetzt beide alle müssen ja toll die die am meisten münzen abkriegen noch mehr alles glaubt haupt kennt einfach hat einfach die gleiche strat wie ich alles klar letzte runde leute verbrottet eure bonbons gibt eure münzen auf eure felder wow peach hat in den letzten runden auch sehr viel bewirkt möchte ich anmerken das war echter shit ja auch hier steht vor mir toll er während er weiß das glück gewissen kugelbelebungen zu nehmen aber ob jetzt die stelle nachher gleich bleiben oder ob ich dann also wenn er mir jetzt nochmal die zwei stände wieder zurücklaut ist ja eigentlich egal weil ich hab sowieso viel ja mit den zeilen wird es vielleicht sogar passieren ist mir aber egal danke was natürlich willkommen ist das richtungswechsel oder ist das kam mit vertauscht die bonbons ich glaube das kam mit vertauscht die bonbons wir sind halt einfach reich assfuck ja ach ja und somit kann es tot er mich nicht mehr kriegen nice ok also ich will jetzt nicht sagen dass wir in den letzten ich glaube wir haben tatsächlich nur das buchbrett verloren oder weil das aber auch wirklich fucking unfair war ich meine wir haben nur das buchbrett verloren ich bin mir aber grad nicht ganz sicher ich glaube es war so ok 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 k k k ok k k k k noch den Sieg zu erringen. Wird er es schaffen oder nicht? Wir sind alle gespannt und starren auf ihn. Eine Eins und die nächste Zahl. Eine Fünf. Oh mein Gott. Damit haut er die absolut krasseste Kombu seines Lebens raus und es reicht ihm nicht, weil er scheiße ist. Yay. Ach, Mario. Mario, 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 Mario. Er wird es nie lernen, Leute. Er wird es einfach nie lernen. Gegen Paige. Schon wieder. Wir haben doch vorher auch alleine gegen Paige gekämpft. Oder ja, ich erinnere mich. Da war was. Freiwildflucht. Da habe ich als Einzelne im Letzten verkackt, aber ich denke, wir drei zu drehen. Wir kriegen Bitchdown. Das dürfte klappen. Das klappt. Mir fällt gerade ein, dass ich noch auf den Test bin und mich eventuell muten soll. Ich weiß nicht, dass da nachher irgendeiner reinkommt und mich anfängt zu nerven. Das wäre recht gut. Hallo? Dankeschön. So. Das ist schon wieder total unprofessionell. Ah. Äh, wir sollten vielleicht aber auch mal aufpassen, dass ich das Spiel spielen kann. Ähm. Ja, das war jetzt zu früh, ne? Ich sag, sie springt darin. Ha, ich wusste es. Das werden wir niemals gewinnen. Da haben wir schon das Ziel. Alter. Übertreib halt mal. Alles klar. Renn halt mit 20.000 kmh da hoch. Hey, Warren, I'm a little bitch. Na gut, das war's dann somit. Ob wir das gewinnen? Ich weiß ja nicht. Vielleicht können ja die Bonus-Stelle nochmal alles verändern. Wir haben gewonnen und Sterne und Leib. Wollen wir nicht eigentlich? Oh, was für eure Bonus-Stelle werden wir geben. Ja, es geht wieder los. Äh, der Bonbon-Stelle keiner mehr in den hat. Zwei Spieler. Na und Roggen und Toad. Toad und ich sind schon die geilsten Ficke in diesem, in dieser Folge. Wir sind allein dieses Bonus-Spiel, wo wir einfach beide... Äh, ist meine. Ja, ich... Oder, oder auch Toad und ich, oder? Ich glaube auch Toad und ich. Ja. Ja. Aber ich muss sagen, jetzt wächst mir Toad doch ein bisschen ans Herz. Aber nur ein bisschen. Der Rabattstärk. Na, Pisch. Natürlich. Dass eine Frau am meisten Geld zum Shoppen ausgibt, ist ja klar. Das ist ja normal. So. Wir hatten nur gewohnt. Ich weiß es nicht. Weiß es für Mario. Ja, okay. Das war schon... Es war schon irgendwie recht einfach. Ne, es war nicht einfach. Aber keine Ahnung, wir hatten da noch recht viel Glück, ne? Wir hatten schon relativ viel Würfelglück, würde ich sagen. Aber auf jeden Fall schön, ja. Das war auf jeden Fall wundervoll. Wie er sich freut. Kawaii. Ich glaube, Toad war so mit sogar Zweiter. Nein. Achso, der hat das auch wenig. Ja, gut. Gucken wir uns doch mal ein paar Details an, bevor wir die Folge beenden. Ja, mit dem Spielstern hätte ich auch bekommen. Easy. Rabatt. Ich habe gerade gedacht, Toad und... Ah, wir haben ein Wiesen noch gegeben. Ehh? Wanderstern. Echt? Ne, der Peach gehabt. Okay. Ja, Pechstern wäre meiner gewesen, klar. Aber im Großen und Ganzen eigentlich eine recht gute Runde. Keine Daukelknecke im Barschafelder. Naja. Auf jeden Fall war es das dann mit Mario Party 8 vom Singleplayer. Ich würde sagen, die nächsten zwei Folgen Mittwoch und Freitag machen wir dann irgendwas. Äh, die komischen Bonospiele, diese Mario Marathon, dieses Königsspiel-Dinges halt, wo es hauptsächlich um die Minusspiele geht. Und ab nächste Woche Montag kommen dann alle Bretter nochmal im 2-2-2-Modus mit meinem Kumpel, der Stronik, der eine Woche hier ist. Und, äh, die gibt es dann auf jeden Fall ab nächster Woche Montag. Wie gesagt, vom Singleplayer-Brettern, äh, war es jetzt dann soweit. Aber dann noch, wenn euch diese Folge gefallen hat, würde ich mich sehr mit dem nach oben und dem Kommentar freuen. Links, da ist eine Folge und der Plastus-Bretter ist unten in der Beschreibung und nach allen Social-Mieter-Links. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und ja, was jetzt noch zu sagen außer Tschüss, Silly. Tschüss.